Zu aufgeweicht sozusagen, muss man ganz klar sagen, wir finden erstmal nichts, werden e-fueled, sagen sie, nein, aber Biokraftstoffe. Sie sind für ein Tempolimit und zu Fahrverboten äußern sie sich nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und Julian, wir haben ja neulich einen Wahlcheck gemacht der sechs größten Parteien zu den Kernthemen Klimaschutz, erneuerbare Energien und Elektromobilität und haben unsere Zuschauer aufgefordert, die sollen nochmal reinschreiben, was sie in dem Bereich noch so sehen wollen und da kam von euch da draußen der Wunsch, wir sollen uns nochmal die kleineren Parteien angucken und reiß doch mal ganz kurz ab, welche Parteien haben wir uns denn nun für dieses Video ausgesucht? Genau, für dieses Video haben wir uns ausgesucht, die Volt, die ÖDP, die Piraten, dann die Partei und die Freien Wähler. Okay, bevor wir dazu aber kommen, warum oder was die Kernthemen bei diesen einzelnen Parteien sind, hier nochmal, die Parteien wurden rein zufällig ausgewählt, also es ist jetzt keine persönliche Bevorzugung der einen oder der anderen Partei, wir versuchen das Ganze hier wirklich so neutral wie möglich zu machen und wie gesagt nur auf die Kernthemen erneuerbare Energien, Klimaschutz und Elektromobilität zu betrachten, die anderen Themen bezüglich dieser Parteien schauen wir uns, haben wir uns nicht angeschaut und lassen wir da auch nicht einfließen. Genau. Also Julian, warum die Volt? Ja, weil das eine Partei ist mit europäischem Ansatz, Probleme lösen mit dem europäischen Ansatz, um es mal kurz zusammenzufassen. Mhm, und ÖDP verstehen sich sozusagen selbst als so ein bisschen so die Grünen-Grünen, also so nach dem Motto, die Bündnis 90 die Grünen sind ihnen schon zu aufgeweicht sozusagen, sehen da mehr Handlungsbedarf und deswegen haben wir halt eben die ÖDP gewählt. Warum die Piraten? Ja, weil das eine Partei ist, die für viele ein Hoffnungsträger war und ist, gerade so im Bereich Transparenz, im Bereich Digitalisierung sich da sehr stark machen und jetzt eben auch hier wieder bundesweit antreten. Interessanter Ansatz. Die Partei, die Partei haben wir ausgewählt, weil ich denke, also sie steht oft da als so eine Art Scherzpartei oder Klamaukpartei. Wird so dargestellt, ja. Ja, ist vielleicht auch eben ihrer Rolle geschuldet, in der sie sich selber sieht und zwar, sie sieht sich selber in der Rolle, Themen oder aktuelle Themen halt auch so ein bisschen satirisch anzugehen und damit halt eben die Gesellschaft zum Nachdenken anzuregen und deswegen haben wir die Partei da mit hineingenommen. Und die Freien Wähler, eine Partei, die eigentlich nie bundesweit als Partei antreten wollte, sondern mal so aus diesem dezentralen kommunalen Ansatz gegründet wurde als Freie Wähler, die eben keiner Partei angehängen und jetzt ist es eine Partei, die bundesweit antritt. Also so kann es halt auch gehen. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Wie gesagt, das Ganze keine Wahlempfehlung. Wir gehen einfach die Punkte mal durch. Mit Volt fangen wir an. Ich würde einfach mal loslegen, wenn das okay für dich ist. Alles klar. Dann, ihr kennt ungefähr noch die Stichpunkte, wir nennen sie trotzdem immer wieder. Also das EEG, die EEG-Umlage soll spätestens nach Volt abgeschafft werden zum 01.01.2023. Wir finden bei Volt im Wahlprogramm konkrete Zahlen zum Ausbau der erneuerbaren Energien, nämlich 25 bis 30 Gigawatt pro Jahr, aufgeteilt auf PV, Wind, Onshore, Offshore. Ausstieg aus dem Verbrenner haben wir nichts gefunden. E-Fuels produziert in Europa sind sie dafür. Zu dem Thema Wasserstoff im PKW-Ausbau Ladeinfrastruktur haben wir nichts gefunden. Treibhausgasneutralität soll spätestens 2040 erreicht sein, wobei 2035 bereits kein CO2 mehr ausgestoßen werden soll. Also da geht es ja auch um andere Gase. Dann die Ausweitung des europäischen Zertifikatehandels, ETS und auch eine Erhöhung des CO2-Preises befürworten sie. Zu den Themen Rückerstattung und Rückführung von CO2 aus der Atmosphäre, also zum Beispiel mit CCS-Systemen, äußern sie sich nicht. Bei Wasserstoff sagen sie, ja, grüner Wasserstoff ist das Ziel. Sie sind aber einverstanden in der Übergangszeit auch blauen und türkisen Wasserstoff nutzen zu können. Wir sind für ein Tempolimit. Zu dem Thema Fahrverbote haben sie sich nicht geäußert. Dafür zum Thema Tempolimit soll eingeführt werden. Und nein, stopp, doch, Tempolimit soll eingeführt werden. Genau, ich habe in der Zeile verrutscht, sorry. Und der Kohleausstieg soll 2030 schon auf 2030 vorgezogen werden. Ja, und für die Elektromobilität, das finden sie in Ordnung. Und Autostrom soll steuerbefreit werden. Die ÖDP hat zu der EEG-Umlage oder dessen Abschaffung sich in ihrem Wahlprogramm nicht geäußert. Zu einem schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien sagen sie, sie sind für einen beschleunigten Ausbau, nennen aber keine konkreten Zahlen. Zu dem Ausstieg aus dem Verbrenner sagen sie ja, 2025, das heißt also bereits in vier Jahren. Und zu E-Fuels machen sie keine Angaben. Wasserstoff im Pkw sehen sie eher nicht als Lösung. Genau. Also keine klare Absage, halten sich da so ein bisschen noch offen. Und im Ausbau der Ladeinfrastruktur machen sie leider keine Angaben. Zum Thema Treibhausgasneutralität möchte die ÖDP Treibhausgasneutral ab 2030 sein und den allgemeinen CO2-Gehalt in der Atmosphäre weiter senken. Bei den Themen ETS, also europäischer Zertifikatehandel und CO2-Preis äußern sie sich nicht. Genauso wenig wie zu einer dann logischerweise daraus resultierenden Rückerstattung. Und wir haben jetzt noch das Thema CCS, das hast du gerade schon mal angesprochen bei den Volt. Magst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, was das CCS ist für die neuen Zuschauer? Ja, mache ich gerne. CCS ist eine technische Möglichkeit, um CO2 der Atmosphäre zu entziehen und dann entsprechend zu lagern. Also um den CO2-Gehalt damit zu reduzieren. Und die ÖDP ist nicht für ein CCS-Verfahren, aber für andere Möglichkeiten. Genau, Wiederaufforstung, Moore und so weiter. So, beim Thema grüner Wasserstoff können wir gleich einfach direkt zusammenfassen, auch mit anderen Wasserstoffen, also grauen, blauen, was sagt die ÖDP da? Gar nichts. Sie sind für ein Tempolimit und zu Fahrverboten äußern sie sich nicht. Und zum Thema Kohleausstieg vorziehen, sagen sie ja vor 2030. Und zur Elektromobilität allgemein? Da äußern sie sich nicht großartig, aber eine Sache haben wir gefunden, nämlich sie möchten, dass Carsharing nur mit elektrischen Fahrzeugen stattfinden soll. Das ist auch schon mal ein Punkt. Genau. Gut. Dann kommen wir zu den Piraten. Okay, dann übernehme ich mal an der Stelle. Die EEG-Umlage soll nach den Wünschen und Vorstellungen der Piraten halt abgesenkt werden, vor allem aber auf den Rechnungen sehr deutlich aufgeschlüsselt werden, was dort genau für Preisbestandteile drin ist, damit der Kunde halt einen transparenten Überblick hat. Stromwende, schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien, auf jeden Fall die Stromwende bis 2030 mit einem Fokus auf Photovoltaik. Sie nennen kein Ausstiegsdatum für Verbrenner, sagen aber es gibt keine weiteren Fördergelder, um Verbrenner weiterzuentwickeln, wobei ich gar nicht weiß, ob es sowas gibt. Ja, gibt es tatsächlich. Es gibt so rund 80 Millionen Fördergelder jedes Jahr. Da gibt es auch eine Studie vom VDA, wenn ich sie finde, packe ich sie mal unten rein. Oder eine Bekanntmachung vom VDA, da ist aber nicht genau aufgeschlüsselt, aber so weiterentwickeln. Okay, das soll also beendet werden. E-Fuels, sagen Sie, nein, aber Biokraftstoffe, dafür sprechen sie sich aus. Also Methanol, Ethanol, solche Sachen, aber eben nicht über diese Wasserstoffstromschiene gewonnene, das, was wir häufig unter E-Fuels verstehen. So, Wasserstoff im PKW lehnen Sie ab. Ausbau der Ladeinfrastruktur, dazu sagen die Piraten, ja, soll ausgebaut werden und vor allem soll sie vereinheitlicht werden. Das ist auch ein interessanter Ansatz. Treibhausgas Neutralität bis 2035. Und dann kommen ganz viele Punkte, wo Sie sich nicht dazu äußern. Es geht dann letztlich am Schluss weiter mit dem Kohleausstieg. Den wollen Sie bis 2024. Und ich glaube, das ist ein Rekorddatum bisher in unserer Übersicht. Und, ja, Elektromobilität finden Sie im Allgemeinen okay. So, das haben wir so gefunden. Sprechen Sie sich aber nicht dafür oder dagegen aus. Ja, aber Sie erwähnen es kurz und finden, es ist eine Möglichkeit und es ist okay. Genau. Die Partei. Seht es uns nach. Nein, das ist cool. Das Wahlprogramm ist halt natürlich satirisch gemeint und daher resultiert natürlich jetzt unser Schmunzler. Die Partei äußert sich in ihrem Wahlprogramm zu wenig Punkten. Konkret muss man dazu sagen. Das Wahlprogramm umfasst, also effektiv die Punkte, um die es geht, umfasst ganze zwei Seiten. Das ist eigentlich so ein Flyer, so eine Art Flyer. Genau. Mehr gibt es da nicht und da sind natürlich bunt gestreut alle möglichen Themen. Und wenn wir da konkret auf die Themen Klimaschutz, erneuerbare Energien und Elektromobilität schauen, dann muss man ganz klar sagen, wir finden erstmal nichts, was unsere Punkte hier betrifft. Aber Sie sind in Ihren allgemeinen Statuten, da geben Sie an, dass Sie für einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien sind. Das steht in Ihren Grundfesten sozusagen drinne. Und in Ihrem Programm steht drinne, könnte man zum Thema Fahrverbote greifen. Sie sind für eine Abbrämie von großen SUVs. Machst du dann in dem Video nachher so ein Sternchen drüber oder so ein Piep über das Wort? Mal gucken. Was Sie damit meinen und wie das ausgeführt werden soll, geben Sie natürlich nicht an. Zu dem Thema Klimaschutz geben Sie an, dass Sie für eine Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels sind und dies erreichen wollen durch eine Selbstverpflichtung der betreffenden Wirtschaftszweige. Und ja, das war es eigentlich. Genau, es ist die Partei. Genau. Passt alles wunderbar. Ja, dann haben wir noch die Freien Wähler. Und da haben wir auch ein paar Punkte gefunden zum EEG. Äußern Sie sich nicht. Beim Thema Ausbau der erneuerbaren Energien treten Sie ein für einen sehr starken dezentralen Ausbau. Ausstieg aus dem Verbrenner, E-Fuels, Wasserstoff, Ausbau, Ladeinfrastruktur finden wir nichts. Trepphausgasneule tritt in Deutschland bis 2050. Und was haben wir noch gefunden? Genau, also Sie haben, Sie befürworten auch eine Ausweitung des Zertifikatehandels. Und beim Thema CO2-Preis und einer eventuellen Rückerstattung an Haushalte, sagen Sie nur, dass diese Mehrbelastungen verringert werden sollen. Zum Thema Treibhausgasneutralität und vor allem auch Bindung von CO2, da sagen Sie, das soll hauptsächlich über Wälder passiert werden, also über Aufforstung. Und am Schluss finden wir dann noch, dass Sie sagen, Elektromobilität ist eine Chance für den Klimaschutz. Und Sie sprechen sich, und das fand ich ganz interessant, deswegen habe ich es noch in die kleine Liste geschrieben, Sie sprechen sich explizit für ein Exportverbot von Altautos aus. Das habe ich mal jetzt mit hier. Also bei dem Thema Verbrennerverbot sozusagen, dass man nicht diesen Schienen geht, dass die Autos dann woanders weiterfahren. Richtig, genau so ist es. Man kann das jetzt natürlich denken, wie man möchte. Das habe ich einfach nochmal hier mit aufgeführt. Ja, da sind wir schon durch mit den fünf sogenannten kleinen Parteien, den anderen. Da sind da noch viel, viel mehr. Die haben wir auch schon mal rausgezogen. Genau, also wie gesagt, das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sicherlich gibt es die ein oder andere Äußerung der einigen Parteien noch zu den ein oder anderen Themen. Die haben wir jetzt vielleicht dann nicht gefunden und welche Parteien hier nicht mit drin sind, sind nicht rausgeflogen wegen persönlicher Abneigung oder so etwas, sondern wir haben uns einfach versucht, so ein gesellschaftliches Bild langzuhangeln. Wir haben keine extremen Parteien genommen und wir haben keine zu kleinen Parteien genommen. Alle Parteien, die wir hier so drin haben, hatten bei der letzten Bundestagswahl so um die 0,3 bis 0,8 Prozent aller Stimmen. Alle Parteien gibt es durchaus wesentlich mehr, aber ja, wenn dann 0,0003 Prozent aller Wähler, die wählen. Naja, es sind ja auch Parteien, muss man ja sagen, die zum Teil in Kommunalparlamenten oder in Regierungen von Bundesländern oder auch auf europäischer Ebene schon Regierungsverantwortung zum Teil übernommen haben. Und deswegen denke ich, das ist eine ganz spannende Auswahl. Das zum einen, was fällt dir denn als allererstes auf, wenn du jetzt mal hier so auf die Liste guckst, gerade mit den kleinen Parteien? Also was mir einfach aufgefallen ist, ist, dass es wird auch hier, wobei wir nur einen kleinen Ausschnitt genommen haben aus diesen langen Themenlisten, grundsätzlich unterschiedliche Ansätze, finde ich, werden deutlich. Also bei Volt ist es der europäische Ansatz, bei den Freien Wählern ist es der eher kommunale Ansatz, den man dort sieht, der sich dort widerspiegelt. Und das finde ich interessant, das hat Spaß gemacht, das durchzugucken und das ist das, was mir dabei aufgefallen ist. Also durchaus interessante Ansätze. Soll ich dir sagen, was mir dabei aufgefallen ist? Na klar. Mir ist dabei aufgefallen, dass gerade diese Kleinstparteien sich ja oft gründen, in allerlei Couleur, oft gründen, weil ihnen die großen Parteien nicht weit genug gehen oder nicht konkret genug sind. Und im Vergleich zu den großen Parteien machen die kleinen Parteien zu extrem vielen Punkten gar keine Angaben. Und das ist etwas, was mir tatsächlich aufgefallen ist, wo ich sagen muss, die Wahlprogramme sind deutlich eingedampfter, sind deutlich kompakter und wie das jeder findet, darf jeder für sich selbst entscheiden. Genau. Wir verlinken euch auch die Wahlprogramme. Guckt bitte unbedingt dort dann rein. Verlasst euch jetzt nicht nur auf das, was wir gesagt haben. Wir haben das ein oder andere vielleicht auch übersehen, falsch verstanden oder missverständlich wiedergegeben. Das muss man dazu immer noch sagen. Und es lohnt sich einfach wirklich da mal reinzugucken und zu schauen, ob man sich da vielleicht wiederfindet. Ja. Und noch eine Frage und Aufgabe wieder an euch da draußen. Sollen wir nochmal ein Video machen, diese Retrospektive? Genau. Ja, das wäre nochmal natürlich eine Sache, die man jetzt anschauen könnte. Was haben sie uns denn, was stand denn in den Parteiprogrammen 2017 drin? Was davon ist vielleicht umgesetzt oder nicht umgesetzt worden? Das könnten wir für euch auch noch machen, wenn ihr uns dafür entsprechend Geld gebt, Zuwendungen zukommen habt, uns bestecht. Nein, also schreibt es einfach in die Kommentare. Genau, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr auch nochmal so eine Retrospektive haben wollt zu den Themen, was stand früher in den oder was stand 2017 in dem Wahlprogramm, was davon wurde umgesetzt? Wofür haben sich die einzelnen Parteien dann tatsächlich auch im Einzelnen eingesetzt? Weil nicht jede Partei ist ja in der Regierungsverantwortung sozusagen. Und dann schauen wir gerne mal, was hat davon überlebt bis zu diesem Wahlprogramm und wofür hat man sich wirklich eingesetzt? Was wurde vielleicht tatsächlich sogar umgesetzt und was wurde vielleicht komplett entgegengesetzt umgesetzt? Genau. Dann schauen wir uns das auch gerne an. Natürlich immer die Schwerpunkte Klimaschutz, erneuerbare Energien und Elektromobilität, weil sonst wird das zu groß. Und weil dieses Video bestimmt auch schon wieder 20 Minuten lang ist oder über 20 Minuten, würde ich sagen, wir machen Schluss. Machen wir Schluss. Na dann. Deinen Satz noch? Gebt uns ein Abo, lasst uns ein Like da, weil das gehört einfach dazu. Und Glocke klicken. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Du wirst wieder nicht wissen, wie du anfangen sollst. Wir sind für eine Abfuckprämie. So. Hört öfter mal dazu. Ja.